Ich bin Martin Braun, bin 30 Jahre alt und bin Leiter der Objekt-Alarmkontrolle und Alarmbehandlung. Ich bin seit vier Monaten bei der Berufs-Detail-Maren tätlich. Meine Aufgaben sind, dass ich zu den Kunden hinfahre, auf Abruf. Wir bekommen die Art des Vorfalls über das Alarmsystem übermittelt und sind ziemlich schnell vor Ort. Unsere Aufgaben vor Ort sind, das Objekt kontrollieren, den entsprechenden Vorfall zu dokumentieren. Dann überprüfen wir am Objekt, ob eventuelle Einbruchsschäden oder Sachbeschädigungen stattgefunden hat. Und wenn Einbruchsschäden vorhanden sind, wird die Exekutive dazu gerufen, um alle möglichen Beweise vor Ort festzuhalten. Am Ende wird das Alarmsystem zurückgestellt und wieder aufgeschaltet, dass die Alarmanlage wieder einsatzbereit ist. Wir fassen am Ende alles in Berichtform zusammen und leiten es an den Kunden weiter. Wir sind für unsere Kunden 24 Stunden, 7 Tage die Woche, 365 Tage im Einsatz. Was mir am Job besonders gefällt, ist, dass in der Firma ein familiäres Klima herrscht und dass man bei der Ausübung seiner Tätigkeiten alles selbstständig machen kann.